König Arthus in Hyperborea und die arktische Schlammflutkatastrophe. Die Arthus-Legende ist universell und international. Er taucht sogar in der japanischen Kultur als der legendäre Yamato Takeru auf. Die Osseten des Nordzentralkaukasus bewahren einen Korpus von Legenden über einen Arthus-Helden namens Batraz auf. Die britische Tradition wird gewöhnlich als die maßgebliche Quelle angesehen, vor allem von den Briten. Aber auch in der französischen, dänischen, spanischen, italienischen und norwegischen Tradition kann man sie finden. Für mich weist dies auf eine gemeinsame antike Quelle hin, die wahrscheinlich genauso verdunkelt und verstümmelt worden ist, wie alle anderen Originalquellen der in diesem Forum vorgestellten Phänomene. Es ist nicht meine Absicht, mich auf eine Debatte über Arthurs Authentizität oder Identität einzulassen. Das Pferd hat sich meiner Meinung nach bereits totgeritten bei diesem Thema. Und inzwischen sind die Gewässer so schlammig, dass es unmöglich ist, auch nur einen Blick auf den Grund zu erhaschen. Inhalt 1. 1. Die verlorenen oder verbrannten Bücher, Quellen der Legenden von König Arthurs. 2. Die Septentrionalinseln, die Inspiration hinter den hyperboreischen Nordpolkarten. 3. König Arthurs in den nördlichen Ländern, woher die Idee von König Arthurs in der Arktis stammt. 4. Artus Suche zum Nordpol. Ein wenig bekanntes Artus-Abenteuer. 5. Das Minorit-Rätsel, die religiöse Fliege in der Suppe. 6. Die Spur des Inventio Fortunata. Christoph Kolumbus, Piri Reis und andere. 7. Ein zwielichtiger Händler-Abenteurer, der im Schatten lauert. Eine starke Andeutung von verdächtigen Personen hinter den Kulissen. 8. Die Gezeitenatmung der Weltmeere. Ist Wasser der Atem der Erde? 9. Das verlorene Paradies, die universelle Tradition eines nordpolaren Ursprungs. 10. Das gefundene Paradies, Phantominseln in der Arktis. 11. Die arktische Schlammflut und der Sturmfrost. Geologische Beweise und ein vermeintlich echtes Mammut. 12. Der einstige und zukünftige König. Die universelle Tradition eines zurückkehrenden Heilands. 13. Schlussfolgerung. Alles zusammengenommen. 14. Antarika. Etwas abseits vom Thema. Kapitel 1 Die verlorenen oder verbrannten Bücher Die ältesten erhaltenen Werke über Arthus umfassen Historia Bretonum um 828, Adam von Bremens Gesta Hammerburgensis Ecclesia Pontificum um 1075, Joffrey von Monmouths Historia Regum Britanniae um 1138, Leges Anglorum Londiniis Collectae um 1210, William Lambardis Archaionomia Sive de Priscus Anglorum Legibus Libri um 1568. Dies sind die Bücher, die überleben durften, weil sie ein Bild von Arthus darstellen, das für den öffentlichen Konsum geeignet ist, ein heroischer Verfechter und Kreuzritter des christlichen Glaubens. Die verlorenen Bücher sind diejenigen, die gejagt und zerstört wurden, weil sie nicht in die offizielle Erzählung passen. Genau diese Bücher enthalten mit größter Wahrscheinlichkeit die Wahrheit. Mir ist klar, dass ich mich hier fest auf dem Gebiet von Jimduja befinde und ich verlasse mich auf seine Großzügigkeit, um mich über frühe angelsächsische Quellen, die mir nicht bekannt sind, aufzuklären. Der Hauptpunkt dieser Geschichte beruht auf zwei verschiedenen Büchern. Beide sind, in Anführungszeichen, verloren. Zum einen Inventio Fortunata, zu Deutsch, die gesegnete Entdeckung. Und Gestis Arturi, die Taten von Arthus. Trotz seines Titels ist das Inventio Fortunata kein Harry Potter Zauberbuch. Von diesen beiden Büchern haben wir nur noch Verweise auf sie. Die prominentesten davon stammen von unseren alten Freunden aus dem 16. Jahrhundert, Dr. John Dee, Gerardus Mercator und seinen Kartenmacherfreunden, sowie von einem gewissen Jakobus Knojen aus Hertogenbusch in den heutigen Niederlanden. Er fasste die Inventio Fortunata so zusammen, wie sie ihm 1364 in Norwegen von einem Franziskanermönch, der den Autor getroffen hatte, erzählt wurde. Knojens eigenes Reisebuch wurde das Itinerarium genannt. Aber raten Sie mal, auch dieses Buch ist verloren gegangen oder eher unterdrückt worden. Bild 50 nach Christus, in Anführungszeichen römische Fresco-Darstellung einer Erdkugel mit einem Nordpolberg, die ursprünglich als Sonnenuhr fehlinterpretiert wurde. Die Inventio Fortunata beschrieb eine ganz andere Topografie für den Polarkreis als die, von der wir heute wissen. Und sie war über 150 Jahre lang die maßgebliche Grundlage für die gängigen Karten, Globen und Atlanten, als diese besondere Landkonfiguration um den Nordpol aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit zensiert wurde. In dem sie einfach und buchstäblich aus den Karten gelöscht wurde. Martin Bayheims Globus von 1492 war der erste, der sich auf den Nordpol selbst konzentrierte und zeigt eine Reihe von Inseln, die ihn umgeben. Zwei größere Inseln sind in unmittelbarer Nähe des Pols auf der westlichen Halbkugel dargestellt, während die Ausdehnung Europas und Asiens nach Norden reicht. Zusammen bilden sie einen gebrochenen Landkreis um den Pol. Eine Weltkarte von Johannes Ruisch, die Universalior Cogniti Orbis Tabula, die 1508 in einer Ausgabe von Ptolemäus Geographica in Rom veröffentlicht wurde, erwähnt tatsächlich die Inventio Fortunata und zeigt dieselben vier Inseln um den Nordpol. Zwei sind mit Insula Deserta bezeichnet. Die eine nördlich von Europa ist die der Hyperborea und die eine nördlich von Amerika ist mit Aronfey bezeichnet. Er bezeichnet die Gewässer innerhalb der vier Inseln als Mare Sugenum und spricht von einem gewaltigen Strudel, der das einströmende Wasser in die Erde saugt. Außerdem zeigt seine Karte einen Ring kleiner, sehr gebirgiger Inseln um die vier Hauptinseln, die laut Ruisch unbewohnt sind. Auch ein hochmagnetisches Gestein am Arktispol wird beschrieben. Es gibt viele, viele andere zeitgenössische Karten, buchstäblich Partituren, darunter Beispiele aus den späten 1700er Jahren, die die gleiche Konfiguration von Inseln um den Pol zeigen. Es gibt sogar chinesische Karten, die die nördlichen Inseln zeigen, zum Beispiel Shanghai Yudi Quantu, Complete Geographic Map of the Mountains and Seas, 1609. Diese chinesischen Karten sind von den Weltkarten des Jesuiten-Missionars Matteo Ricci, 1552 bis 1610. Mercator-beeinflusste Karten erscheinen auch in Japan. Abe Yasuyukis Banu Koku Chikui Yochi Tsenzu oder Weltkarte von 1853 zeigt die vier nördlichen Inseln. In diesem ausgezeichneten Thread finden Sie eine detaillierte Diskussion über hyperboreische Karten. Die berühmteste von Inventio Fortunata inspirierte Karte ist Mercator's Weltkarte von 1569 mit ihrem polaren Einsatz. Kartensammler sagen seit Jahrzehnten, dass diese Karte Details wie die Insel in der Hudson Bay und die beiden großen Flüsse in diesem Münden enthält, die anderen Kartografen unbekannt waren und erst im 19. Jahrhundert, 300 Jahre später, auf den Karten erscheinen. Die Insel unten rechts hat folgende Beschriftung. Hier leben Pygmäen, die nicht mehr als einen Meter groß sind, wie die in Grönland als Skrälinger bezeichneten. Oben links beschreibt vier Flüsse mit 19 Öffnungen zum Ozean. Alle fließen nach Norden und münden leer ins zentrale Meer, um dann durch einen 33 Liga, also 114 Meilen breiten Canyon unterhalb des Berges ins Innere der Erde zu fließen. Unten links steht gesündeste und fabelhafteste Insel im Norden. Rechts oben werden die Insel als Bargu oder Bargos bezeichnet. Eine spätere Version behauptet, dass sie um den Pol rotieren und dass die Kompassnadeln immer nach Süden zeigen. Auf der Rückseite der späteren Version heißt es, dass bei der Navigation auf den Bargos-Inseln alle Kompassrichtungen umgekehrt werden müssen. Außerdem werden die sechs Monate der Dunkelheit und des Tageslichts, das Nordlicht, der Glockenklang im hohen Norden und der Monakor-Orden erwähnt. Die Insel nördlich des Pygmäenlandes ist beschriftet mit Dieser schmale Kanal hat einen Hafen und friert aufgrund seiner Enge und der schnellen Strömung nie ein. 3. König Arthus in den nördlichen Ländern Am 20. April 1577 antwortete Gerardus Mercator auf einen Brief von John Dee, den Dee später in einem Manuskript mit dem Titel »Volume of Great and Rich Discoveries« veröffentlichte. John Dee befragte Mercator bezüglich der Herkunft der Polarbeilage auf seiner Arktiskarte von 1569. Mercator hatte Knojens Itinerarium von einem Freund ausgeliehen und alle seine Notizen daraus an Dee in einem Brief detailliert aufgeführt. Leider wurde John Dees Manuskript durch einen Brand schwer beschädigt, aber es bleibt noch genug übrig, um eine sehr gute Vorstellung vom Inhalt der Inventio Fortunata zu erhalten. Um 1577 oder 1578 schrieb John Dee ein Buch mit dem Titel »Britanniki Imperii Limites«, also »Die Grenzen des britischen Empires«, das eine Zusammenstellung von vier Dokumenten ist, die ursprünglich für Königin Elisabeth I. geschrieben und 1593 unter seiner Aufsicht zusammengestellt und dann in das Kronarchiv gebracht wurden. Es wurde erst 1976 wiederentdeckt und befindet sich heute in der British Library. Um einen Bezugsrahmen für die Zeitspanne der Originaldokumente zu schaffen, war London voller Interesse an der neuen Welt und Martin Frobisher war von seiner ersten Reise nach dem heutigen Baffin Island, Kanada, zurückgekehrt. Sir Humphrey Gilbert beantragte das Patent für seine Briefe, ganz Nordamerika, nördlich von Florida, zu kolonisieren. England suchte verzweifelt nach Möglichkeiten, den spanischen Anspruch auf Amerika zu diskreditieren. In seinen »Britanniki Imperii Limites« argumentierte John Dee, »dass König Arthus sein Königreich einst auf Irland, Grönland, Island und Teile des Nordpols ausgedehnt hatte, so auch Königin Elisabeth I.« Er argumentierte auch, »dass England durch Kolonisierung Anspruch auf neue Ländereien erheben sollte und dass dies durch eine maritime Vormachtstellung erreicht werden könnte.« Er nahm auch das sogenannte »Atlantis« in seine Liste der Erwerbungen auf, »aber jeder wird Ihnen sagen, was er wirklich meinte, war Amerika, auch wenn alle anderen es zu dieser Zeit scheinbar »Tera Florida« nannten. »Es wäre leicht, dieses Konzept als das Geschwätz eines Verrückten abzutun, der einen so wilden Anspruch auf nichts weiter als eine Fantasie gründete und der einfach nur versuchte, die Gunst der Königin zu gewinnen. Aber er hatte Beweise und war nicht der Erste, der Arthus mit nördlichen Eroberungen in Verbindung brachte.« »Man beachte die Kolonien, die König Arthus auf alle Nordinseln und namentlich nach Grockland geschickt hat, von denen ich dennoch annehme, dass es dasselbe ist, das sonst als Grönland, d.h. Grönland bekannt ist und von dem du vor dem Bokeh de Priscus Anglorum Legibus das Wort hattest.« Erklärung John Dee nimmt an, dass Grockland Grönland ist, ausschließlich auf dem gemeinsamen GR basierend. Auf dem Globus des Mercator liegt Grockland jedoch westlich von Grönland und könnte eine Darstellung der arktischen Baffin-Insel sein. Die Quelle, auf die er sich bezieht, war William Lombardes »Archa Ionomia Sive de Priscus Anglorum Legibus Libri« von 1568, von dem John Dee ein Exemplar in seiner berühmten Bibliothek hatte. Dieselbe Quelle war auch Richard Huckloid bekannt, einem weiteren Befürworter eines arthurischen und atlantischen und arktischen Reiches, der sie später in seinen »Principal Navigations« von 1599 übersetzen sollte. Zitat »Athus, der zuweilen der berühmteste König der Briten war, war ein mächtiger und tapferer Mann und ein berühmter Krieger. Dieses Königreich war ihm zu klein und sein Gemüt war damit nicht zufrieden. Deshalb unterwarf er tapfer ganz Skantia, das jetzt Norwegen heißt, und alle Inseln jenseits von Norwegen, Nämlich Island und Grönland, hin zu Norwegen, Schweden, Irland, Gotland, Dänemark, Semeland, Windland, lateinisch Vinlandiam, Kurland, Rohe, Femeland, also Finnland, Vireland, Vireland, Flandern, Czeriland, Lapland und all die anderen Länder und Inseln der Ostsee, bis hin zu Russland, in die Lapland die östlichen Grenzen seines Britischen Reiches legte. Und viele anderen Inseln außerhalb von Norwegen, sogar unterhalb des Nordpols die Anhängsel von Skantia, das jetzt Norwegen heißt, sind. William Lambarde selbst hatte eine sehr klare Quelle für den Text, den er in seinem Priscus Anglorum Legibus gab, und zwar ein Manuskript der Leges Edwardi Confessoris, das einen Artus-Abschnitt aus den Leges Anglorum Londiniis Collecte von ca. 1210 enthielt. Ich hoffe, dass Sie dem folgen können, denn ich bin mir nicht sicher, ob ich das kann. Die Tradition von Artus als arktischer Eroberer muss sicherlich mindestens bis ins sehr frühe 13. Jahrhundert zurückreichen. Noch ältere Beweise stammen aus einem Fragment eines Textes, der als Insule Britanni, ca. 1199, benannt ist. Darin wird Artus zwar nicht namentlich erwähnt, aber eine Reihe von nördlichen Inseln werden als britische Besitztümer aufgeführt, von denen alle bis auf eine auch in ähnlicher Schreibweise als Bestandteile von Arturs britischem Reich in den Leges Anglorum genannt werden. Dies würde darauf hinweisen, dass es eine noch frühere Quelle als die Leges und die Insule Britanni gab, die heute verloren ist. Es ist unwahrscheinlich, dass es sich dabei lediglich um Ausarbeitungen von Geoffrey von Monmouths Historia Regum Britanniae handelt, da sie ein ganz anderes Konzept von Artus haben. Auch Geoffrey von Monmouths Quelle, die Historia Britonum, um 828, mit ihrem Dux Bellorum oder militärischen Führer, steht in keiner Beziehung zum König Artus der Leges und der Insule Britanni. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die verlorene Quelle die Geste Arturi ist. Sowohl die Leges Anglorum als auch die Insule Britanni sind sterilisierte Versionen davon mit gefälschten Eingliederungen von Adam von Bremens Gesta Hammerburgensis Ecclesia Pontificum von ca. 1075, wobei der Bericht über die christliche Bekehrung Norwegens, begonnen von John, einem englischen Bischof, und verbreitet von Olaf, dem König von Norwegen, auf Artus übertragen wurde. Erik der Rote soll auch Grönland und Winnland im 9. oder 10. Jahrhundert entdeckt und unterworfen haben. Diese nordischen Sagen berichteten ausführlich über die Entdeckungsreisen von Island, Grönland und Finnland. Allerdings, und das ist sehr wichtig, hat die Geste Arturi die Kenntnis dieser Länder als Voraussetzung. Es ist keine Entdeckung erforderlich. Und wenn die Geste Arturi die nordischen Sagen einfach auf Artus überträgt, warum wird dann in den nordischen Sagen die Region Hyperborea überhaupt nicht erwähnt? Außerdem könnte die Geste Arturi sogar vor den Abenteuer von Erik dem Roten stehen. Auch, Zitat, Zitat, als die Nordmänner zum ersten Mal auf Island landeten, fanden sie es von einem britischen Volk bewohnt, das sie Papa nannten und das sie prompt zum Aussterben brachten. Zitat Ende. Viel Glück bei der Suche nach anständigen Informationen über diese Papas. Nun ein kurzer Seitensprung zur Seite heroicage.org. Zusammenfassung Eine detaillierte Studie über John Dees Behauptung aus dem späten 16. Jahrhundert, dass König Artus die weit nördliche Welt und Nordamerika erobert habe. Obwohl er manchmal als John Dees eigene Erfindung behandelt wird, ist das Konzept von Artus als Eroberer der Arktis und sogar von Teilen Nordamerikas eindeutig älter als John Dee. Ein Zeuge davon ist die Geste Arturi, die von Jakob Kneuen gesehen und zusammengefasst wurde, der wahrscheinlich im 14. Jahrhundert schrieb. Dieses mittelalterliche Dokument beschrieb offenbar Artus' Versuche, den hohen Norden zu erobern, einschließlich einer Expedition, die in Richtung Nordpol selbst startete. Ein weiterer Zeuge ist die Leges Anglorum Londinis Collectae, die auf den Beginn des 13. Jahrhunderts zurückgeht und eine Liste von Artus' Eroberungen des Nordens, einschließlich Grönland, Finnland und des Nordpols, enthält. Auf der Grundlage dieser und anderer Dokumente scheint es, dass das Konzept von Artus als arktischem Eroberer zumindest ins späte 12. Jahrhundert, wenn nicht sogar noch früher, zurückverfolgt werden kann. Von 1577 bis 1580 beschäftigte sich der englische Universalgelehrte John Dee mit der Herstellung und Verbreitung einiger außerordentlicher Ansprüche im Namen der englischen Monarchie und ihrer kaiserlichen Ambitionen. Am faszinierendsten war die Behauptung von John Dee, der allgemein als Urheber des Ausdrucks das britische Empire, angesehen wurde, dass Königin Elisabeth die Herrschaft über einen großen Teil des nördlichen Erdballs und der Neuen Welt behaupten konnte, zum Teil aufgrund der Tatsache, dass sie einst von König Artus, dem berühmten frühmittelalterlichen Vorfahren der Tudors, erobert und regiert wurde. In seiner wichtigsten Abhandlung zu diesem Thema, den Britanniki Imperii Limites, also Grenzen des Britischen Reiches von 1578, schrieb er, dass Elisabeth den Titel Royal für alle Küsten und Länder ab oder um Terra Florida herum und so weiter bis hin zu Atlantis, das heißt Amerika, beanspruchen könne, nach Norden und dann zu allen nördlichsten großen und kleinen Inseln und so um Grönland herum, aus Ostwärts bis zum Territorium gegenüber dem weitesten östlichen und nördlichen Rand der Herrschaft des Herzogs von Moskowia. John Dees Argumente, die in die Grenzen des Britischen Reiches beschrieben wurde, beruhen nicht ausschließlich auf Artus angeblicher Eroberung der nördlichen Breitengrade. Ein Mönch aus Oxford, der walisische Prinz Madoc und der heilige Brandon, der Seefahrer, wurden ebenfalls als Beweise für eine historische Herrschaft und damit für den aktuellen Besitz zitiert. Aber John Dees selbst gab zu, dass sein Fall Dependent Chafely Upon Our King Arthur war. John Dees hat daraufhin einige Anstrengungen unternommen, um sein Artus-Material zu legitimieren und beklagte sich, dass die Fülle von Fabeln, Interpretationen, Wahrheiten und Unmöglichkeiten, die in der wahren Geschichtsschreibung von König Artus enthalten sind, bedeutete, dass die Wahrheit selbst von Artus' historischen Taten, wie John Dees sie sich vorstellte, oft nicht geglaubt oder ignoriert wurde und nur durch eine Säuberung der parasitären Legenden, die sich um sie herum versammelt hatten, wiedergefunden werden kann. Nachdem er die, in Anführungszeichen, Unwahrheiten aus den von ihm gesammelten Artus-Erzählungen ausgemerzt hatte, konnte John Dees zuversichtlich verkünden, dass Artus Gallien, Skandinavien, Island, Grönland, alle nördlichen Inseln um Russland herum, das heißt den gesamten arktischen Ozean, der an Nordeuropa grenzt, sowie den Nordpol selbst erobert hatte. Nun, ein weiterer Sprung zu einer anderen Quelle wird eingeblendet. Viele von Ihnen fragen sich jetzt vielleicht, was ist eigentlich die Inventio Fortunata? Es ist ein lateinischer Ausdruck, der sich mit die glückliche Entdeckung übersetzen lässt und allein dadurch habe ich mich für ihn begeistern können. Der glückliche Zufall und der Tonfall, vor allem in seiner lateinischen Form, gehen mir einfach so gut von der Zunge und ich finde ihn unglaublich ansprechend. Aber im Kontext ist es der Titel eines Buches. Genauer gesagt ein verlorenes Buch. Etwas ironisch, wenn man den Titel betrachtet. Und als solches ist das, was wir darüber wissen, eigentlich ziemlich begrenzt. Aber das Bild, das wir haben, ist in der Tat etwas sehr Seltsames. Eine Expedition zum Nordpol, die vom legendären König Artus gestartet wurde. Ein englischer Priester, der zur Untersuchung getrieben wurde und die Wunder, die er fand. Zwergeninseln und Männer mit langen Füßen. Eine kurze Landung in einem Land, das vielleicht das war, was wir heute als Labrador in Kanada kennen. Ein riesiger Kontinent am Pol, geteilt durch Flüsse, die sich so schnell bewegen, dass sie selbst in der arktischen Kälte nicht frieren. Und am Pol selbst ein großer schwarzer Felsen aus magnetischem Gestein, 33 Meilen um den Punkt, auf den alle Kompasse zeigen. Nachdem er irgendwie aus diesem Land geflohen ist, kehrt der Engländer in seine Heimat zurück, um seinem König einen Bericht über seine Abenteuer zu überreichen, der den Titel Inventio Fortunata trägt. Die Hinweise, die wir über den genauen Status des Inventio Fortunata haben, sind verlockend und deuten auf etwas Größeres, etwas Außergewöhnliches hin. Es ist, als hätte jemand ein Drehbuch in einen Mixer geworfen und nur das faszinierendste Detail übrig gelassen. Ein Abenteuer am Nordpol. Mystische Rassen von Menschen. Ein massiver magnetischer Berg. Eine lange verlorene Kolonie von König Arthus. Wie kann man davon nicht fasziniert sein? Und doch, trotz dieser fantastischen Elemente ist das, was den Inventio im Vergleich zu anderen Reiseberichten dieser Zeit so faszinierend macht, Sir John de Mandeville fällt es sofort ein, die Tatsache, dass man gemeinhin glaubt, dass diese Geschichte tatsächlich eine gewisse Wahrheitsbasis hat. Einige der von den Autoren der damaligen Zeit überlieferten Details werden durch norwegische Aufzeichnungen bestätigt, was eine Erfindung unwahrscheinlich macht. Es wird sogar potenziell auf die Präsenz der Nordländer in Amerika Bezug genommen. Und zwar über den berühmten Vinland-Zwischenfall, bei dem die Wikinger versuchten, Neufundland und Labrador zu besiedeln. Und selbst die Vorstellung, dass König Arthus den Nordpol eroberte, ist nicht ganz so fantastisch, wie es zunächst scheinen mag. Tatsächlich fanden die Nordländer bei ihrer ersten Landung auf Island ein britisches Volk vor, das sie Papa bezeichneten und das sie prompt ausrotteten. König Arthus selbst war ein Kelte, der gegen die einfallenden Angelsachsen kämpfte. Wer kann also sagen, dass er nicht derjenige war, der sie nach Island schickte? Es wird angenommen, dass solche Strukturen vor der Ankunft der Wikinger in Island entstanden sind. Wie auch immer die Wahrheit aussieht, die Geschichte und der Name sind für mich eine Quelle unendlicher Faszination und eignen sich gut um die ewige Faszination des Menschen für die Pole unseres Planeten darzustellen. Hier endet der Einschub der Quelle von sites.psu.edu. Es geht weiter mit dem Artikel von stolenhistory.org. In seinem Britanniki Imperiti Limites stellt John D. fest, dass es einst viele Beweise für Arthus-Eroberungen gab, aber, Zitat, vorsätzlich und böse, wie ich von glaubwürdigen Herren gehört habe, verbrannte dieser Poleidor, gemeint ist Polidore Vergil, sie, ja, fast eine ganze Wagenladung davon. Zitat Ende. John D.'s Konzept von Arthus als Eroberer des Nordatlantiks und der Arktis scheint also nicht seine eigene Erfindung gewesen zu sein. 4. Arthus' Suche nach dem Nordpol Was folgt, ist eine Geschichte über König Arthus, die nicht mit irgendeiner Figur der romantischen Fiktion gleichzusetzen ist. In Nordnorwegen, das auch als Dunkel-Nordwegen bezeichnet wird, weil es drei Monate lang dunkel ist und die Sonne nie über dem Horizont aufgeht, gibt es manchmal eine Art Morgendämmerung. Der Übergang nach Nordnorwegen ist nicht einfach, weil die schnell fließenden Meere an Grogland vorbeifließen. Dieses Nordnorwegen erstreckt sich bis zu den Bergen, die den Nordpol in einem kreisförmigen Verlauf umgeben. Dies sind die Berge, von denen geschrieben steht, dass unter ihnen bestimmte Städte waren, wie sie in der Arturi Gestis erwähnt werden, und gegenüber von ihnen wohnen Menschen von kleiner Statur, die im gleichen Werk erwähnt werden. Diese Dinge und mehr noch, die die nördlichen Regionen betreffen, finden sich am Anfang der Arturi Gestis. Vor langer Zeit nannte man die im Norden liegenden Inseln die Ciliae, heute die Septentrionale, und unter ihnen befanden sich Nordnorwegen und viele kleine Flüsse, die als das einziehende Meer bezeichnet werden, weil ihre Gewässer mit einer großen, konstanten Kraft nach Norden gezogen werden, sodass kein Wind ein Schiff gegen sie antreiben kann. Und bei dieser Position gibt es sehr hohe Berge, die bis zu den Wolken reichen, und bei dieser Position ist die Luft sehr oft trüb und dunkel. Im 78. Breitengrad, wie eine Krone oder ein Kreis, stehen um den Nordpol herum immens hohe Berge über den größten Teil des Landes, aber an einigen Orten gibt es Berichte, dass diese einziehenden Meere an manchen Stellen bis zu 50, 60 oder 100 Meilen breit sind, einige breiter, aber andere schmaler. Die überall nach Norden ziehen. Eine Gruppe von Arthus-Rittern segelte bis dahin, als er die nördlichen Inseln eroberte und sie alle ihm untertan machte. Und in den Schriften der Vorfahren wird erwähnt, dass diese einziehenden Meere Arthus etwa 4000 Männer entrissen, die nie zurückkehrten, aber dass 1364 acht der Nachkommen dieser Männer zum König von Norwegen zurückkehrten und unter ihnen waren zwei Priester, von denen einer ein Astrolabium hatte und er stammte über fünf Generationen von einem Mann namens Brüsseler ab, der sich in einem der ersten Schiffe befand, das in diese nördlichen Regionen eindrang. Diese große Armee von Arthus hatte den ganzen Winter von 530 nach Christus auf den nördlichen Inseln Schottlands gelegen und am 3. Mai ging ein Teil davon nach Island über. Dann waren vier Schiffe des genannten Landes aus dem Norden gekommen und warnten Arthus vor den einziehenden Meeren. Arthus fuhr nicht weiter, sondern besiedelte alle Inseln zwischen Schottland und Island und besiedelte auch Grockland, wo er Menschen fand, die 23 Fuß groß waren. Als diese vier Schiffe zurückkehrten, gab es Matrosen, die behaupteten, sie wüssten, wo die magnetischen Länder liegen. Am 3. Mai des folgenden Jahres schickte Arthur dann zwölf Schiffe mit 1800 Männern und 400 Frauen nach Norden. Von diesen zwölf Schiffen wurden fünf in einem Sturm auf die Felsen getrieben, aber der Rest machte sich am 18. Juni, 44 Tage nach ihrem Aufbruch, auf den Weg zwischen den hohen Felsen. Bitte beachten Sie, sieben Schiffe gingen an Land. Der Priester, der das Astrolabium hatte, erzählte dem König von Norwegen, dass 1360 ein englischer Minorit aus Oxford auf die nördlichen Inseln gekommen war, der ein guter Astronom war. Er ließ alle anderen, die auf diese Inseln gekommen waren, zurück, machte sich weiter auf den Weg durch alle nördlichen Regionen und schrieb all ihre Wunder auf und übergab das daraus entstandene Buch, das er Inventio Fortunae nannte, dem König von England. Dieses Buch beginnt in der äußeren Region bei 54 Grad und setzt sich bis zu den Polen fort. Dieser Franziskaner berichtete, dass diese Berge die Pole ohne Unterbrechung umgeben, außer an den Stellen, an denen die einziehenden Meere sie durchbrechen. Einige von John Dees nicht erwähnten Dingen, die in Mercators Brief enthalten waren, sind Nordnorwegen liegt über dem Land, das die Provinz der Finsternis genannt wird. Die Provinz der Finsternis ist die westlichste Provinz des Landes der Grand Cham, Tartaria bzw. China. Nur zwölf Meilen mehr trennen die Provinz der Finsternis vom düsteren Norwegen. Direkt unter dem Nordstern gegenüber Norwegen liegt ein ziemlich ebenes, unbewohntes Land, in dem viele schöne, der Rest ist leider unleserlich. In Island und Grockland wurden Beweise für frühere menschliche Besiedlungen in Form von Überresten des Schiffbaus entdeckt. Es gibt viele Bäume aus Brasilholz in Markland, also Labrador. Detaillierte Beschreibungen des magnetischen Gesteins am Nordpol, so hoch wie die Wolken und der Strudel um seine Basis. Details der Polargeografie und des extrem gemäßigten Wetters. Um es zusammenzufassen. Hier haben wir also König Arthus auf einer Expedition, um speziell in die kreisförmige Bergkette um den Nordpol einzudringen, wo es Städte gibt. Fünf Generationen später kehrten acht Nachkommen von Arthus Männern nach Norwegen zurück. Zwei der acht waren Priester. Einer der Priester gibt an, dass vier Jahre zuvor eine Gruppe von Menschen sie auf den nördlichen Inseln besuchte, darunter ein englischer Minoritenkönig aus Oxford, der ein guter Astronom war und sein Astrolabium mit diesem Priester gegen ein Testament getauscht hatte. Dieser Mönch machte sich dann auf eigene Faust auf den Weg, um die nördlichen Regionen zu erkunden. Er beschrieb alle Wunder der Inseln in einem Buch, das er Inventio Fortunata nannte und irgendwann dem König von England übergab, der den Mönch dann fünfmal schickte, um in seinem Namen fünfmal Monkey Business zu betreiben. Monkey Business ist üblicherweise die Bezeichnung für faule Tricks oder Unfug oder Affentheater. Kurzer Einschub Predeju Anwen Zunächst der Eintrag bei Wikipedia Prede Anwen Die Beute von Anwen oder Die Beraubung von Anwen ist der Titel eines 60 Zeilen langen Gedichtes, das im Livre Thalisin aus dem 14. Jahrhundert enthalten ist. Es dürfte nach linguistischen Vergleichen allerdings bereits zwischen 850 und 1050 entstanden sein. König Arthus und sein Gefolge segeln mit Arthus Schiff Predwen nach Anwen einem mythischen Land, das auch als andere Welt interpretiert wird. Ziel der Fahrt ist die Erbeutung eines magischen Edelstein besetzten Kessels, der in einer gläsernen Festung aufbewahrt wird. Dieser Kessel wird durch den Atem von neun Jungfrauen erhitzt und nur die tapfersten Krieger dürfen in ihm ihre Speisen zubereiten. Zitat Neben dem Versuch den Kessel zu erbeuten treibt auch die Hoffnung den dort gefangenen Gweyer befreien zu können König Arthus zu diesem Feldzug in die Anderswelt. Die Expedition ist aber offenbar ein Fehlschlag denn im Refrain der jede Strophe abschließt beklagt der Dichter dass lediglich sieben Männer wieder in die Heimat zurück kamen. Zitat Das bedeutet die Elfenburg also Anderswelt Diese Verszeile schließt jede Strophe des Gedichtes ab nur der Name der Burg wird variiert Kär Wedwit Burg der Trunkenheit Kär Golut Burg der Mitte oder Eingeweide und andere In einer Nebenhandlung Die Geschichte von Pfüll und Präterie werden Pfüll und Präterie die Hauptfiguren des Mabinogion genannt Zitat Prächtig war nach dem Bericht von Pfüll und Präterie der Kerker von Gwehr in Kär Sidi Zitat Ende Ein Versuch der Lokalisation von Anuven mit der Isle of White oder Lundi Island circa 30 Kilometer vor der Küste von Devonshire durch Sims Williams wird von anderen Kältologen abgelehnt Der Magische Kessel ist ein immer wiederkehrendes Motiv in keltischen Sagen Vom Zauberkessel des Dada über Ephnesiens lebensrettendes Gefäß Dirnwix Kessel der Gut und Böse erkennt bis zum Heiligen Gral Das Schiff Pridwen wird auch in der Erzählung Malikavas Kulv Olven zu Deutsch wie Kulv Olven errungen hat erwähnt wo es Arthus Kulv und die anderen Gefährten von Wales nach Irland und wieder zurück bringt Auch hier geht es um den Raub eines Kessels eine der Aufgaben die der Riese Isbadadden als Bedingung für die Hochzeit seiner Tochter Olven gestellt hat In Joffrey von Monmouths Historia Regum Britanniae wird allerdings Arthus Schild Pridwen genannt Ende der Beschreibung von Wikipedia Es handelt sich um ein Gedicht aus dem Buch Talisin das erstmals im 9. Jahrhundert niedergeschrieben wurde aber bisher aus dem 6. Jahrhundert stammt In diesem Gedicht reisen Arthus und seine Helden durch wilde Gewässer in ein fremdes und gefrorenes Land um Gver zu retten und einen Kessel zu finden Der Titel Praideu Anwen bedeutet der Überfall auf Anwünfen Obwohl die meisten Gelehrten es als die Beute von Anwen übersetzen Das Avalon der späteren Arthus Sagen war den früheren Kelten als Anwen oder Anwen V bekannt Das Wort wird traditionell mit Jenseits übersetzt Alternative Übersetzungen sind An World also Umwelt Unterwelt sehr tief und extreme Welt Es ist ein Ort zu dem man mit dem Schiff segeln kann und auch ein Ort über den man herrschen oder unter den richtigen Umständen eher ein Wächter sein kann Es ist keine keltische sogenannte Unterwelt an sich und wurde erst durch spätere christliche Einflüsse mit der Hölle in Verbindung gebracht Im Zusammenhang mit diesem Posten nehme ich ihn als eine weitere Bezugnahme auf die hyperboreische Region am Nordpol Anwen wird im Allgemeinen mit Hügeln Bergen und Inseln assoziiert In dem Gedicht heißt es dass es sich um eine Reihe von Inseln handelt zu denen König Arthus und seine Männer auf der Suche nach einem magischen Kessel reisen um Gweir aus seiner Gefangenschaft in Ketten zu befreien Obwohl das Gedicht acht verschiedene Kers also Festungen oder Schlösser erwähnt bestehen die meisten sogenannten Gelehrten darauf dass die Handlung an einem Ort mit acht verschiedenen Namen stattfindet Dies ist darauf zurückzuführen dass dieser eine Ort Lundi ist eine kleine Insel vor der Küste von Cornwall im Kanal von Bristol In Walisisch ist sie als Unis Weir oder Weir Gweirs Island bekannt Dies würde jedoch Sinn machen wenn sie nicht Gweirs Island sondern Gweirs Prison genannt würde Aber was noch mehr Sinn macht dass Gweir der Name des keltischen Sonnengottes ist und es zweifellos von einem bestimmten Punkt so aussieht als ob die Sonne zu einer bestimmten Jahreszeit auf der Insel untergeht So wurde Gweir in dem Gedicht innerhalb von Karsidi also Hügelfestung oder Festung des Feenvolkes möglicherweise der Skrälinger der in Mercatus Polarinsel Karte erwähnt wird gefangen gehalten wo er in Ketten gefesselt ist und jämmerlich vor dem Schatz oder der Beute von Anwen singt der ebenfalls mit ihm gefangen zu sein scheint diese Situation ist auf die Handlungen von Pwil und Prideri zurückzuführen In In einer Erzählung aus dem ersten Zweig der Mabinogi tauscht Pwil Platz und Gestalt mit Araven dem König von Anwen Prideri war Pwils Sohn der durch eine gewisse Torheit das Land Düvet in ein Chaos stürzte und es in ein Ödland verwandelte in dem alle Menschen und das Vieh im Nebel verschwanden mit Ausnahme seiner engsten Verwandten Nach allem was man hört war Prideri also eine kleine Katastrophe und auch sein Vater hatte nichts Gutes im Schilde geführt als er durch Betrug und Mord die Hand seiner Mutter Rianon zur Heirat bekam Es ist also nicht überraschend dass diese beiden etwas getan hatten um die Gefangennahme des Sonnengottes Gewehr und der Schätze von Anwen zu bewirken Diese Inhaftierung und das Fesseln in Ketten klingt wie eine Allegorie dafür dass es über einen längeren Zeitraum keine Sonne gibt Eine Verkettung würde ihren Aufgang verhindern Mit anderen Worten Dunkelheit und Kälte kamen über das Land aufgrund von etwas das Pwill und Prideri aufgrund ihrer Position als Herrscher oder Wächter von Anwen getan hatten Am Ende jedes Verses des Gedichtes wird dieselbe Information wiederholt wobei uns mitgeteilt wird dass drei Schiffsladungen Pridven also Arthurs Schiff in See stachen oder in die Festungen gingen aber nur sieben zurückkehrten als als Maßeinheit nützt uns ein Pridven heutzutage nicht mehr viel vielleicht geht in der Übersetzung etwas verloren und vielleicht ist eine Schiffsladung Pridven einfach ein Geschwader von Schiffen von denen sieben Schiffe zurückkehrten wenn wir es für bare Münze nehmen dann erscheint es lächerlich dass Arthus nur ein Schiff hatte und drei separate Fahrten machten musste um seine Männer an ihr Ziel zu bringen die zweite Strophe spricht von Ker Pedrivan oder der vierzackigen Festung vier seiner Revolutionen auf der Insel der starken Tür dies erinnert an Mercators Polarinsel Zitat oben rechts werden die Insel als Bargu oder Bargos Inseln identifiziert Zitat Ende Eine spätere Version behauptet dass sie um den Pol rotieren Der Vers fährt fort den Kessel des Herrschers von Anwen zu besprechen In den keltischen Überlieferungen ist der Kessel das Symbol des Jenseits da er den Schoß der großen Göttin symbolisiert aus dem alles geboren wird und in den alles zurückkehrt Er ist auch ein Symbol der Wiedergeburt des Herdes der Fülle und des Wohlbefindens Alte keltische Erzählungen erzählen von Kesseln dass sich niemand jemals von den hungrigen Kesseln trennte und von Kesseln die wenn die Toten in sie geworfen wurden sie wieder zum Leben erwecken würden Der Kessel ist in vielen keltischen Geschichten verbreitet und wird als großer Schatz mit magischen Kräften beschrieben In In der keltischen Tradition ist Bran einer der Vaterfiguren und ein Riese Es wird erzählt dass wenn er sich über einem Fluss niederlegte eine Armee über ihn hinweg marschieren konnte Er ist auch der König des Jenseits oder der Unterwelt das heißt der Herrscher von Anwen und erwacht über die Schätze der Mutter Göttin Don oder Danu in der irischen Tradition Diese Schätze sind die Tiere Pflanzen Insekten Vögel und das Lebendgefüge der Erde selbst Bran ist also ein König im keltischen Sinne da er der Hüter der Göttin war und über sie wachte Er ist Arden Bran oder Bran wird mit Avalon oder Anwen in Verbindung gebracht und einer der Orte an dem sein Kopf begraben sein soll ist dort Mit der Darstellung dass der Kessel des Herrschers von Anwen mit dem Sonnengott Gewehr gefangen ist soll gezeigt werden dass das Gewebe des Lebens selbst die Schätze der Mutter Göttin nicht mehr unter der Kontrolle des Hüters stehen Der Kessel der Wächterin von Anwen wird als derselbe beschrieben aus dem das erste Wort gesprochen wurde d.h. die Schöpfung als er durch den Atem von neun Jungfrauen sanft erwärmt wurde Die so bezeichneten neun Jungfrauen ist ein weiteres universelles Symbol und kann in vielen Kulturen gefunden werden zum Beispiel die griechische Geschichte in der die neun Musen den Menschen Inspiration gaben sie sind allgemein als Inselbewohner bekannt der Dichter Talisin selbst wurde von den neun Jungfrauen beglückt als drei Tropfen Lebenskraft oder Inspiration versehentlich auf seine Hand fielen als er ihren Kessel umrührte Im modernen Atus Stoff sind die bekanntesten dieser Gruppen die neun Zauberinnen Morgan und ihre Schwestern die auf der Insel Avalon leben und sowohl Seherinnen als auch Heilerinnen sind Pomponius Mela ca. 43 nach Christus erwähnt eine Gruppe von neun Zauberinnen oder heiligen Frauen von denen bekannt ist dass sie eine Insel im Westen bewohnten Zitat Er sagt dass sie weil sie mit einzigartigen Kräften ausgestattet sind die Meere und Winde durch ihre magischen Reize aufwecken dass sie sich in alle Tiere verwandeln die sie wollen dass sie heilen was bei anderen Völkern unheilbar ist dass sie die Zukunft kennen und vorhersagen aber dass sie nicht offenbart wird außer den Seereisenden und dann nur denen die reisen um sie zu konsultieren In der keltischen Tradition überbrücken Tiere die natürliche und die übernatürliche Welt fungieren als eine Verbindung die Formverschiebungen ermöglicht und vertraut darstellt In dem Gedicht folgt dann ein schwieriger Abschnitt den niemand sehr gut versteht Es scheint dass der Kessel mit Hilfe eines magischen Schwertes geborgen und in den Händen von Leminavg der vielleicht Arthus selbst ist zurückgelassen wurde Daraufhin wurden die Lampen angezündet die den Weg zu den Toren der Hölle weisen Ker Vedvid also Burg der Vollkommenen wird erwähnt Unerschrocken kämpfen sie bis zur nächsten Strophe weiter Sie überwinden ein tiefschwarzes unruhiges Meer und erreichen Ker Rigor also gefrorenes Schloss oder Festung der Härte Als nächstes folgt Ker Vidir die gläserne Festung wo entweder 6000 oder 60 Männer auf den Mauern standen und es schwierig war mit ihnen zu kommunizieren Ker Golut also Festung der Hindernisse wird ebenfalls erwähnt Die Verse 5 und 6 sind schwierig Talisin scheint gegen die Unwissenheit zu schimpfen Es werden Ker Wand wie also Burg auf der Höhe oder Festung der Spitze Gottes und Ker Okren Burg der Regalseiten von einem Hang aus betreten die Festung der Abgeschlossenheit erwähnt Der letzte Vers ist ganz klar eine Schimpftirade gegen Mönche die nur auswendig von ihren Vorgesetzten lernen die wiederum nichts von der realen Welt wissen Das Gedicht endet mit dem rätselhaften Satz Christ am Gwadavel der wahrscheinlich entweder Christus sei mein Retter oder Christus sei mein Anhänger bedeutet Ich persönlich glaube er meinte das Letztere Nun da ich den Namen des Gedichtes schon so oft falsch ausgesprochen habe und auch die darin enthaltenen Wörter hier also von der University of Rochester die Einsprechung des Gedichtes mit dazugehöriger englischer Übersetzung Dazugehöriger 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 Dazugehör 서� Drusporth Ifern, Lligern Llosgit. A fan aetham nigan arthur, traferth lehtrit. Namen saith, nadaraith o gair vedwit. Naidwif glotgainmen, cerd gluinawr. Angcair pedrafan, anus pabrdor. Echwid amichid, camasgetor. Gwyn gloiw aigwiraod, racai gosgor. Trishlonet prydwen, adaisam ni arvor. Namen saith, nadaraith o gair rigor. Na ubrnafej lawir, llen lliwiadir. Tra chair wydir na welsint ur hyd arthur. Tri igain canhwyr, a sefi ar amir. Oiz anhaoth, amadraoth, aigwilivadir. Trishlonet prydwen, adaisgan ar sir. Namen saith, nadaraith o gair goliz. Na ubrnafej lawir, llais ae calcwi. Na udantwi padiz, perediz pwi. Pa awr amain diz, aganet kwi. Pwi gunais arnitaith, dolai devwi. Na udantwi arricbrych, bras, apenrui. Saith igain canhwyn, anna ae calcwi. A phanafej migan arthur, a vardul govwi. Namen saith, nadaraith, o gair fandwi. Na ubrnafej lawir, llais ae gochen. Na udant padiz, perediz pen. Pa awr amain diz, aganet perchen. Pa vil agadwant, arianta pen. Pa naesa migan arthur, a vardul gan hen. Namen saith, nadaraith, o gair o chren. Ma naich dachnidd fal cynan cor. O gofranc i dydd a'i gwydian hawr. A un hint gwint, a un dwyfr mor. A un i fl tan, trwft i achor. Ma naich dachnidd fal blaidd awr. O gofranc i dydd, a'i gwydian hawr. Na udant pan ysgar, dywaind achwawr. Ma wint pui chint, pui aranauz. Pa wa diva, patir aplauz. Bet sant, an divant, abet achlaur. Golachavi uledik, pendewik maur. Na buiv trist, kristam guadaul. Was die Mönche betrifft, so ist die Schifffahrt des heiligen Brandon zufällig einer der am häufigsten erhaltenen mittelalterlichen Texte, obwohl dieser Charakter angeblich gleichzeitig mit Talisin vorkam. Angeblich handelt es sich um die Geschichte des Abtes, des heiligen Brandon, die von seinen Abenteuern mit einer Mönchsmannschaft erzählt, die die Insel der Verheißung, also Avalon oder Anwen, in diesem mysteriösen keltischen Jenseits erkundet, das über die westlichen Meere erreicht wurde. Es ist schwer, seine Popularität über die Jahre hinweg zu übertreffen. Es gibt mindestens 116 überlieferte lateinische Manuskripte sowie Versionen in Mittelenglisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Flämisch, Altnordisch und Provenzalisch. Bitte beachten Sie, das Buch Talisin hat nie so eine hohe Auflage erreicht. Saint Brandon wurde gegen Ende des 5. Jahrhunderts in Clonfer, Frankreich, geboren, wo er auch starb. Seine Asche wurde in Notre-Dame-Den beigesetzt. Der erste Entwurf des Buches soll zwischen dem 7. und 8. Jahrhundert entstanden sein. Er beschreibt eine siebenjährige Reise ins Paradies voller Ereignisse und seltsamer Begegnungen. Insel bei hohen Klippen, Insel der Riesenschafe, des Großvals, des Vogelparadieses, der Ältesten der Gemeinde von St. Albeo, Insel der Schmiede, die Hölle, Judas Ischariot, der Einsiedler Paulus, also Episoden, in denen man Ähnlichkeiten mit Imram finden kann, die Apokalypse oder mittelalterliche Texte, die Reisen ins Heilige Land beschreiben. Oder sogar mit der Aeneis, der Odyssee oder der germanischen Mythologie. Die Kapitel 36 und 37 beschreiben wiederum die Insel der Seligen, während Kapitel 38 von der Heimkehr und dem heiteren Tod des Heiligen erzählt. Es besteht wenig Zweifel daran, dass diese Navigation des heiligen Brandon katholische Propaganda und zu 99% Fiktion ist. Könnte sie jedoch einige Informationen aus der Inventio Fortunata enthalten? Wie wir sehen werden, gibt es Beweise, die darauf hindeuten, dass dies der Fall ist. Fünftens, das Minorit-Rätsel John Dee war davon überzeugt, dass der englische Minorit aus Oxford Hugo von Irland war. Ein Abenteurer und Autor aus der Zeit um 1360, über den absolut nichts bekannt ist. Ein gewisser Nikolaus von Linne wurde ebenfalls als Favorit vorgeschlagen, aber er war ein Karamelliter und kein Minorit, was der falsche Ausdruck war. In jüngerer Zeit haben einige Historiker vorgeschlagen, dass der Priester, der 1364 dem König von Norwegen berichtete, Ivar Bartson war. England war zu dieser Zeit durch die Handelsaktivitäten der Hanse ziemlich gut mit Norwegen verbunden. Die Behauptung, dass acht Personen aus Arthus hyperboreanischer Kolonie in 1364 Norwegen besuchten und dass sie die Nachkommen der ursprünglichen Siedler in der fünften Generation waren, ergibt keinen Sinn. Sogar John Dee hat dies in seinen handschriftlichen Notizen am Rande von Mercators Brief vermerkt. Zitat Ich meine, in der 25. Generation, zumindest in der 25. Generation nach König Arthus, dessen Jahrgang ein längeres Lebensalter zulässt, als jetzt die allgemeine Rate, bei zwischen 25 und 30 Jahren pro Generation. Also, fünf Generationen nach 530 n. Chr. ist etwa 680 n. Chr., sodass die 1360 Daten nicht funktionieren. John Dee stellt die Anzahl der Generationen in Frage, nicht die Daten des 14. Jahrhunderts, und er scheint sogar zu glauben, dass die Menschen zu Arthus' Zeiten länger lebten. Diese Daten stammen von Jakobus Knoien über Mercator, der in der Lage war, Knoiens Buch, Itinerarium, zu studieren, und der einer der letzten Menschen gewesen zu sein scheint, der dies tat, bevor es vom Erdboden verschwand, zusammen mit allen anderen Informationen über seinen Autor. Knoiens, englischer Minoritenmönch aus Oxford, erlebte sein gesamtes Abenteuer zwischen 1360 und 1364, also nur vier Jahre. Wikipedia zitierend Der Orden der Minoritenkinder, früher bekannt als der beobachtende Zweig. Die beiden letzteren, der Kapuziner und der Konventuale, bleiben getrennte Ordensinstitute innerhalb der katholischen Kirche, die die Regel des Heiligen Franziskus mit unterschiedlichen Schwerpunkten befolgen. Konventuale Franziskaner werden aufgrund ihrer Gewohnheit manchmal als Minoriten oder Graubrüder bezeichnet. Ordensgemeinschaften Siehe, Franziskanische Orden Die Gemeinschaften, die sich auf den Heiligen Franziskus berufen, teilen sich in drei Gruppen. Erstens, der erste Orden, der auf die von Franziskus gegründeten Orden der Minoritenbrüder zurückgeht, umfasst heute Minoriten genannten Konventualen, die Franziskaner und die Kapuziner. Bis zur Teilung des Ordens 1517 findet sich auch für den gesamten Orden die Bezeichnung Minoriten, also Ordo Fratrum Minorum, Minderbrüder. Der zweite Orden besteht aus den Nonnen der verschiedenen Zweige, der Klarissen, der Kollettinnen und der Kapuzinerinnen, deren Regel auf die heilige Klara von Assisi zurückgeht. Drittens, der 1221 gegründete Dritte Orden, Tertiaren, bestand ursprünglich aus Menschen, die die franziskanischen Ideale außerhalb der Klausur eines Klosters umsetzen wollten. In Deutschland ist der Franziskanische Drittorden unter der Bezeichnung Franziskanische Gemeinschaft organisiert. Seit 2012 nennt er sich Ordo Franziskanus Säkularis, also Franziskanischer Orden in der Welt. Innerhalb des Dritten Ordens bildeten sich besonders im 19. Jahrhundert eine Vielzahl neuer Ordensgemeinschaften, die in sogenannten regulierten Dritten Orden zusammengefasst sind, darunter praktisch alle Gemeinschaften der Franziskanerinnen, sowie weitere männliche und weibliche Verbände, wie die Amigonianer, Elisabethinnen, Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz, Franziskusbrüder oder Liebfrauenschwestern. Neuen Franziskaner tauchten um 1224 in Oxford, der intellektuellen Hauptstadt Englands, auf. Das Engagement der Franziskaner in Oxford sollte das intellektuelle Gesicht Europas verändern. In diesen Jahren zeichneten sich die Franziskaner in Oxford durch den Eifer für die Armut nicht weniger aus als durch den Eifer für das Lernen. In der Obhut von Oxford waren Kissen nicht erlaubt und das Tragen von Schuhen oder Sandalen war nur den Alten und Gebrechlichen erlaubt. 1346 gewährte Edward III. den Minderbrüdern von Oxford 60 Quadratmeter seines Steinbruchs bei Wheatley in Shotover Forest für die Reparatur ihrer Kirche und anderer Gebäude. 1358 ermächtigte Erzbischof Islip fünf Franziskanern des Klosters von Oxford und drei des Klosters von Cambridge in der Diözese Canterbury zu predigen. William de Prato, der hier, also in Oxford, vor 1363 studierte und 1370 vom Papst als Bischof von Pekin und Leiter der Franziskanermission in Asien zu den Tataren geschickt wurde. Um von Oxford aus in Canterbury zu predigen, war also eine Genehmigung des Erzbischofs erforderlich. Der Papst selbst genehmigte Missionen in andere Teile der Welt, wie zum Beispiel Pekin in Tartaria und doch sollen wir glauben, dass ein Minorit aus Oxford vier Jahre lang barfuß die Welt auf eigene Faust erkundet. In dieser Zeit schreibt er den Reiseführer des Trampers für den Nordatlantik und den Polarkreis, legt sein Buch dem König von England vor und wird dann sein persönlicher Gesandter in einer verschollenen Polarkolonie. Und das alles ohne jede Genehmigung oder Aufzeichnung. Das glaube ich nicht. Das Original, vermutlich Geste Arturi, die Quelle für Arthus' Angriff auf die Arktis, erwähnt niemals Priester oder Mönche. Wie immer, wenn Religion in eine Geschichte eingeführt wird, geht alles in die Brüche. Plötzlich sind alle prominenten Figuren Priester oder Mönche oder Bischöfe und wir werden zu der Annahme verleitet, dass alle Errungenschaften der Menschheit von säkularen Beamten gemacht wurden. Dasselbe geschieht heute, wenn auch nicht in Bezug auf die christliche Religion. Man denkt an den Schwachkopf Einstein ebenso wie an Churchill. Um die 1350er Jahre kämpften die Franziskaner alle untereinander und auch mit den Dominikanern. Wir wissen nicht, ob Gnoyen selbst Franziskaner oder sogar Katholik war, aber irgendwie wurde seine Darstellung der Ereignisse in Norwegen in franziskanische Propaganda verwandelt. Doch im 16. Jahrhundert, gerade als die Leute anfingen, es zur Kenntnis zu nehmen, musste Gnoyens Buch verschwinden. Jemand hatte mit den fünf Generationen ab 530 nach Christus einen großen Fehler gemacht. Bringt dies die Inventio Fortunata in Misskredit? Nun, wenn Gnoyens Bericht der einzige Beweis dafür war, dann vielleicht. Aber das war er nicht. 6. Auf den Spuren des Inventio Fortunata Peter Heilin erzählt die Inventio Fortunata Polargeografie als Tatsache im vierten Buch seiner Kosmographie in vier Büchern, London 1652. Wir wissen von anderen, die an dem Buch beteiligt waren, dass es Informationen bis hinunter zum 18. Breitengrad enthielt. Die Inventio Fortunata wird von Christoph Kolumbus' Sohn Fernando und Bartolomé de las Casas, einem Historiker aus dem 16. Jahrhundert, erwähnt. Beide schrieben, dass die Inventio Fortunata erstaunliche Informationen über zwei schwimmende Inseln weit im Westen auf ungefähr dem gleichen Breitengrad wie die Kapverdischen Inseln, also der 18. Grad nördlich, enthielt und dass Kolumbus diese Informationen kannte. Nun zitierend Bartolomé de las Casas in seiner Historia de las Indias, 1570. Christoph Kolumbus sprach davon, dass die Inseln, auf die Plinius in seiner Naturgeschichte Bezug nimmt, die des hohen Nordens sein könnten, wo das Meer nahe der Küste bewaldete Gebiete ausgräbt, deren Wurzeln so groß sind, dass sie Flöße bilden und das Meer sie über das Wasser hinausschiebt, sodass sie von Weitem wie Inseln erscheinen, die über dem Wasser schwimmen. Es müssen auch die gleichen sein, von denen der heilige Brandon in seiner Geschichte spricht, wobei viele Inseln in den Meeren von Kapverde und den Azoren gesehen wurden, die immer brennen und wie die oben genannten sein müssen. Das Gleiche wird in dem Buch Inventio Fortunata erwähnt. Zitat Ende Diese schwimmenden und brennenden Inseln werden von Mercator und Kneuen nicht erwähnt, aber sie werden anscheinend in die Schifffahrt von St. Brandon erwähnt. Laut einer Überprüfung mehrerer Quellen, und zwar Kolumbus' Sohn Fernando, Bartolomé de las Casas und ein unbekannter Seemann, durch den französischen Autor Carre Pris, könnte Kolumbus das Buch gelesen haben und er könnte auf seiner ersten Reise ein Exemplar davon gehabt haben. Nun zitierend Pritz, 1991 Als junger Erwachsener stieß Kolumbus auf etwas, das sein Leben völlig veränderte. Ein Buch über Amerika. Ein Seemann, der ihn auf den ersten drei Reisen in die neue Welt begleitete und später in türkischer Gefangenschaft landete, sagte, es sei ein Zufall, dass Kolumbus auf das Buch stieß und dass er darin alle Informationen fand, die er für seine berühmte Reise zu den westindischen Inseln brauchte. Weiter zitierend Das Buch des Admirals wird von Kolumbus selbst in seinem Tagebuch erwähnt, zum Beispiel während der Reiseeinträge vom 25. September, 3. Oktober und 10. Oktober 1492. Zu dieser Zeit, soweit man weiß, gab es nur ein einziges Buch über Amerika und das war Inventio Fortunata. Die Verbindung zwischen Kolumbus und der Inventio Fortunata ging verloren, weil die Biografie von Kolumbus durch seinen Sohn Fernando von Übersetzern bearbeitet, das heißt zensiert wurde. Wichtige Informationen über Kolumbus' Wissen über den hohen Norden und die Tatsache, dass er die Inventio Fortunata gelesen hatte, wurden entfernt. Im Zweifelsfall ist es also notwendig, auf die erste Ausgabe von 1537 zurückzugehen. Ende des Zitats von Pritz Nun zitierend diese Historie del Fernando Colombo von 1571 Wie die Inventio Fortunata berichtet, werden zwei weitere Inseln erwähnt, die weit im Westen und südlicher als die Kapverdischen Inseln über dem Wasser schwimmen. Zitat Ende Der türkische Admiral Piri Reis erwähnte einen unbekannten spanischen Matrosen, der mit Kolumbus auf drei Reisen war und von Reis' Onkel gefangen genommen wurde. Reis schrieb einen Bericht über den Matrosen auf seiner berühmten Weltkarte von 1513. Hier ein Auszug. Zum Beispiel fiel dem besagten Kolumbus ein Buch in die Hände und er fand in diesem Buch, dass es am Ende des westlichen Meeres, also Atlantik, auf seiner westlichen Seite Küsten und Inseln und alle Arten von Metallen und auch Edelsteinen gab. Die oben genannten, nachdem sie dieses Buch gründlich studiert haben, hier fehlt ein Teil, der verstorbene Ghazi Kemal hatte einen spanischen Sklaven. Der oben erwähnte Sklave sagte zu Kemal Reis, er sei dreimal mit Kolumbus in diesem Land gewesen. Diese, also Spanier, waren zufrieden und gaben ihnen Glasperlen. Es scheint, dass er, also Kolumbus, in dem Buch gelesen hatte, dass in dieser Region Glasperlen geschätzt werden. Als sie die Perlen sahen, brachten sie noch mehr Fisch mit. diese, also die Spanier, gaben ihnen immer mehr Glasperlen. Zitat Ende. 1526 stellte Piri Reis seinen Barrier her, einen berühmten, illustrierten Meeresatlas der Welt. Hier erwähnte er erneut das Buch von Kolumbus und schlug, Zitat, vom Hörensagen vor, dass es aus der klassischen Zeit stammt. Amerika war in der klassischen Zeit bekannt, aber die dokumentarischen Beweise sind dürftig. Das einzige vormoderne Buch, das wir über Amerika kennen, ist Inventio Fortunata. Es war in Europa nicht bekannt und den Türken wahrscheinlich unbekannt. Es ist daher wahrscheinlich, dass das von Piri Reis erwähnte Buch die Inventio Fortunata war. Siebtens ein zwielichtiger Händler-Abenteurer, der im Schatten lauert. Siebtens 1956 wurde im Archivo General de Simancas in Spanien ein Brief gefunden, der sich auf die Existenz der Inventio Fortunata bezog. Er wurde in Spanien im Winter 1497 bis 1998 vom bristolischen Kaufmann John oder Johann Dai alias Yuxay aus London, von dem später noch viel mehr zu lesen sein wird, an den Zitat prächtigsten und würdigsten Herrn, den Lord Groß Admiral, geschrieben. John Dai schreibt, Der Diener ihrer Lordschaft brachte mir ihren Brief. Ich habe den Inhalt gesehen und wäre sehr gerne bereit, ihnen zu dienen. Ich finde das Buch Inventio Fortunata nicht und ich dachte, dass ich oder er es mit meinen Sachen mitbringe und es tut mir sehr leid, es nicht zu finden, denn ich wollte ihnen sehr gerne dienen. Ich schicke ihnen das andere Buch von Marco Polo und eine Kopie des gefundenen Landes von John Cabot Neufundland. Zitat Ende. Und der Brief enthält auch eine Menge detaillierter Informationen über John Cabots Entdeckungsreisen. Merkwürdigerweise gibt es weder ein Datum auf dem Brief noch einen klaren Hinweis darauf, wer ihn genau geschrieben hat. Die meisten Quellen behaupten, er sei an Kolumbus geschrieben worden. Am 30. Mai 1498, das heißt im Frühjahr nach dem Brief, verließ Kolumbus San Luca, Spanien, mit sechs Schiffen zu seiner dritten Reise in die neue Welt. Er wurde von Bartolomé de las Casas begleitet. Wir können davon ausgehen, dass sie auch von der Inventio Fortunata begleitet wurden, da diese anscheinend auf allen Reisen des Kolumbus mitfuhr, was es sehr merkwürdig macht, dass der Lord Grand Admiral diesen John Dye Charakter bittet, ihm eine Kopie zu besorgen. John oder Johann Dye oder besser gesagt Hook Psy aus Bristol war Mitglied der englischen Merchant Company The Merchant Adventurers, die sogar noch mächtiger war als die lokale Society of Merchant Adventures aus Bristol. Sie kontrollierten die gesamte Textilindustrie Englands. Dieselbe Organisation sponserte später die Pilger auf der Mayflower. Hier sollten jetzt mal die Alarmglocken klingen. Die Engländer bildeten nach den Genuesen die größte ehemalige patriotische Handelsgemeinschaft im Hafen von Sevilla, San Lucar de Barrameda, Cadiz. Yondai war mit der Familie Di Nigri verbunden, die Kolumbus in den 1470er Jahren beschäftigte. Das Internet weigert sich hartnäckig, irgendwelche Informationen über diese Familie zu liefern. Im Jahr 1470 war er in Savona, Italien. Die erste bestätigte Aufzeichnung, dass Kolumbus auf See war, wird ebenfalls auf 1470 datiert, als er für den Dienst auf dem genuesischen Kriegsschiff von René Danjou angeheuert wurde. John Dye oder Huxai machte Geschäfte mit Francisco Pinello, dem genuesischen königlichen Schatzmeister von Kastilien, und Pinellos Neffen, Barnando Pinello, dem Schatzmeister des indischen Unternehmens in Sevilla. Sai war mit Lord Montjov, dem Münzmeister Heinrichs VII., durch Heirat verwandt. Im Jahr 1494 wurde ihm die Mitgliedschaft im Bristol Staple als John Day of London Kaufmann gewährt. Sei war auch mit einigen der bristolischen Kaufleute, die Cabot gesponsert haben, und mit isländischen Kaufleuten in Bristol, vielleicht ein und dieselbe Person, durch Heirat verbunden. Seine Familie unterstützte die Yorker gegen Heinrich VII., was seinen Decknamen erklären könnte. Er war kein sehr netter Mensch, wie zwei gegen ihn erhobene Kanzlei Plakate zeigen, die auf Betrug um 1502 hinauslaufen. Dieser unappetitliche Charakter war also, wenn er überhaupt real ist, unglaublich gut mit all den verschiedenen Elementen verbunden, die an der Wiederentdeckung der neuen Welt beteiligt waren. Es scheint vernünftig anzunehmen, dass John Cabot, wenn er eine Kopie der Inventio Fortunata besaß oder sich eine solche besorgen konnte, diese auch für seine Reisen benutzte. Und tatsächlich könnte es sein, dass die Inventio Fortunata die Quelle und Inspiration für alle sogenannten Entdeckungsreisen in die neue Welt im Mittelalter war. Achtens die Gezeitenatmung der Weltmeere Es ist zu beachten, dass alle frühsten Beschreibungen des Hohen Nordens von einem oder mehreren Strudeln sprechen, die die Gezeiten der Welt kontrollieren. Eine Auflistung Paulus der Diakon 710-790 Adam von Bremen 1050-1083 Zitat In dem gesagt wird, dass alle Rückströmungen des Meeres, die abzunehmen scheinen, aufgesaugt und wieder ausgespült werden, was man gewöhnlich als Flut bezeichnet. Zu den nordischen Legenden gehört der Weltbrunnen Wergelmeer, der die Gezeiten verursacht, indem er Wasser durch seine unterirdischen Kanäle schiebt und zieht. Isidor von Sevilla ca. 560-636 Die Topografia Hibernica von Giraldo Cambrensis 1146-1220 Seine Beschreibung des nördlichen Strudels wird von Mercator zitiert. Die Historia Norvegie um 1180 Das Spekulum Regale um 1250 von Einar Gunnarsson Der langobardische Schriftsteller Paulus Varnefredi ca. 720-790 auch Diakonus genannt Zitat Und Und nicht weit von dem Ufer von dem wir zuvor sprachen im Westen wo der Ozean sich grenzenlos ausdehnt ist jener sehr tiefe Abgrund von Wasser den wir gemeinhin den Nabel des Ozeans nennen Zweimal am Tag heißt es dass es die Wellen in sich hinein saugt und wieder ausspuckt wie es nachweislich an all diesen Küsten geschieht wo die Wellen hinein rauschen und mit erschreckender Geschwindigkeit wieder zurückgehen Von dem Strudel von dem wir gesprochen haben wird behauptet dass die Schiffe oft mit einer solchen Schnelligkeit angezogen werden dass sie dem Flug der Pfeile durch die Luft zu ähneln scheinen und manchmal gehen sie im Golf mit einer sehr schrecklichen Zerstörung verloren oft werden sie gerade als sie unter gehen wollen durch einen plötzlichen Schock der Wellen wieder zurückgebracht und sie werden von dort aus mit der gleichen Geschwindigkeit mit der sie eingezogen wurden wieder hinaus geschickt 9. Das verlorene Paradies Die Traditionen eines paradiesischen urzeitlichen Landes im hohen Norden sind universell oft wird diesem heiligen Land nachgesagt es liege im Zentrum oder am Nabel der Erde das nördliche Paradies wird auch mit einem Berg einer Säule oder einem Baum in Verbindung gebracht aus dem vier Flüsse entspringen Die alten Briten nannten es Avalon Die indischen Veden nennen es Paradesha oder Aryavarsha das Land aus dem die Veden kamen mit dem Berg Meru in der Mitte Die Buddhisten nennen es Shambhala normalerweise als eine achtblättrige Lotusblüte dargestellt Die Chinesen kennen sie als Zitian das westliche Paradies von Zivang Mu der königlichen Mutter des Westens Die Russen kennen es als Belovodje oder Janaidar Für die Christen und Juden ist es der Garten Eden mit seinem Brunnen von dem sich die vier großen Flüsse verzweigen um die Welt zu bewässern siehe Genesis 2 10 bis 14 Die Ägypter siedelten ihren Taneter das Land der Götter im äußersten Norden an Die Eskimos haben die Legende dass sie aus einem fruchtbaren Land mit ewigem Sonnenschein im Norden kamen Die griechische Mythologie spricht von einem geheimnisvollen aber immer frühlingshaften Land namens Hyperborea also jenseits des Nordwinds das jenseits der Berge liegt in einigen Berichten unterhalb des Nordpols Für die Orphika liegt die Insel Elektris der Sitz der Götter unter dem Polstern in den entferntesten Gewässern von Tetys Die mandeischen Gnostiker glauben dass eine ideale Erde eine Erde aus Licht die von einer göttlichen Rasse von Übermenschen bevölkert wird im Norden liegt getrennt von unserer Welt durch einen hohen Berg aus Eis Der Name Thule soll griechisch-römischen Ursprungs sein und bezieht sich auf die am weitesten nördlich gelegenen Stelle Er wurde in der klassischen und mittelalterlichen Literatur mit dem Namen Ultima also Ultima Thule noch weiter verbreitet Plinius der Ältere setzte ihn auf einer sechstägigen Reise in den Norden Großbritanniens am Rande der bekannten Welt ein Ort an dem es im Sommer keine Nacht und im Winter kein Tageslicht gibt es gibt Hinweise auf blau gemalte Menschen und im 12. Jahrhundert wurde ihnen eine Nemesis gegeben ein Stamm sehr kleiner Menschen heute findet man ein Echo dieser alten Traditionen in der Tatsache dass Kinder dem Weihnachtsmann in seinem Wunderland am Nordpol Zettel schicken und um Geschenke bitten Theosophie der erste Kontinent das unvergängliche heilige Land umgab und umfasste den Nordpol und erstreckte sich vom Pol aus in sieben verschiedenen Zonen etwas nach Süden wie die Blätter eines Lotus Zu diesen Zonen gehörten Grönland Spitzbergen Schweden Norwegen und Sibirien sowie andere ehemalige Landgebiete im hohen Norden die seitdem unter Wasser stehen Der zentrale Ort des ersten Kontinents lag direkt am Nordpol Aus der Geheimdoktrin Die orientalische Tradition bezieht sich immer auf ein unbekanntes Gletschergebiet ein düsteres Meer und eine dunkle Region in der sich dennoch die Glücksinseln befinden in denen seit Beginn des Lebens auf der Erde die Quelle des Lebens sprudelt Aber die Legende besagt darüber hinaus dass ein Teil der ersten trockenen Insel des Kontinents nachdem sie sich vom Hauptkörper abgetrennt hatte seitdem jenseits der Berge von Kokaf der steinerne Gürtel der die Welt umgibt geblieben ist Eine siebenmonatige Reise wird denjenigen der den Sulaiman Ring besitzt zu diesen Brunnen bringen wenn er weiter nach Norden reist direkt vor sich wie der Vogel fliegt Wenn man also von Persien aus direkt nach Norden reist wird man entlang des 60. Längen Grades nach Westen haltend nach Novaya Zemlia gebracht und vom Kaukasus zum ewigen Eis jenseits des Polarkreises würde man zwischen 60 und 45 Längen geraden oder zwischen Novaya Zemlia und Spitzbergen landen Zitat Dennoch Meru Su gleich gut und schön war die Behausung der Götter und der antarktische Meru oder Kuh Meru Kuh für schlecht und Elend war die Behausung der Dämonen Der avestanische also zoroastrische Begriff Arianem Veja Pallavi Eran Vej bezeichnet die Wiege der arisch-iranischen Bevölkerung die nicht in einem der sieben Klimata der Erde sondern im Zentrum der zentralen Zone dem achten Klima liegt Dort erhielt Jima der erste Mensch den Auftrag eine Vara oder ein Gehege zu errichten in dem die am höchsten entwickelten Menschen Tiere und Pflanzen gesammelt werden sollten um sie vor dem tödlichen Winter zu retten der von den dämonischen Mächten entfesselt wurde damit sie eines Tages die zerstörte Welt wiederherstellen können 10. Das gefundene Paradies Der Flacherdler Isidor von Sevilla ca. 630 sagte Es gibt noch einen anderen Kontinent neben den drei Bekannten jenseits des Ozeans weit im Norden und dort ist die Sonne wärmer als irgendwo in unserem Land also Spanien Zitat Ende 1721 wurde Grönland neu besiedelt aber die Wikinger Soldaten waren verschwunden Die Eskimos behaupteten dass sie immer weiter nach Norden gewandert seien bis eines Tages eine Jagdgesellschaft zurückkehrte und sagte sie hätten im Norden ein Paradies entdeckt einen Ort den die Eskimos schon immer kannten von dem sie sich aber im Allgemeinen fernhielten weil sie glaubten er sei von bösen Geistern bewohnt Die Wikinger packten jedoch alle sofort ihre Koffer und sangen Lieder zogen glücklich über das Eis nach Norden und kehrten nie mehr zurück In Grönland sollten die Tiere für den Winter nach Süden ziehen aber in Wirklichkeit wandern sie alle nach Norden und die Nordwinde in Grönland sind im Winter tatsächlich wärmer als Arktis Forscher schlossen daraus dass sie in ein warmes Land im Norden ziehen würden Im Jahr 1904 veröffentlichte Dr. R.A. Harris von der US Coast and Geodetic Survey einen Artikel in dem er erklärte warum er glaubte dass es im Polarbecken nordwestlich von Grönland ein großes unentdecktes Land oder flaches Wasser geben müsse Eskimos die am nördlichen Rand des arktischen Ozeans leben hatten die Tradition dass es im Norden eine Landmasse gibt draußen über dem Eis im Nordwesten Grönlands ist ein Land das warm ist das das ganze Jahr über im Sommer bewohnt ist und von fetten Karibus und Moschus Ochsen bevölkert wird es liegt sagt man bis heute in Richtung des Küsten Wanderwegs nach Norden aus der Ausgabe Dezember 1923 der Zeitschrift Popular Science Monthly Mehrere Forscher haben zu verschiedenen Zeiten aus verschiedenen Richtungen Land über der arktischen Einöde gesichtet Es handelt sich um ein Land das immer in der gleichen Richtung gesichtet wurde ob von Grönland Alaska oder Nordrussland aus gesehen Die Russen nannten es Sanikow Land und haben es nördlich der Neusibirischen Inseln gesehen oder verzeichnet Admiral Peary der 1909 auf dem Weg zum Pol war sichtete Land nordwestlich von Kap Thomas Hubbard an der Nordwestküste von Ellesmere Island in Nordkanada Mit Mit ihm sahen auch Lieutenant Green Macmillan und ihre Eskimos es und gingen noch später auf eine Expedition auf das Eis um es zu finden und kehrten erst um als ihre Eskimos behaupteten es sei nur ein Nebel Macmillan und schwor dass es wie echtes Land aussah Admiral Peary tat dies auch und nannte es Crocker Land Dr. Cook sah es auf seinem Weg zum Pol im Jahre 1906 auch in Richtung Nordwesten seines Trecks von Ellesmere Island zum Pol und machte sogar ein Foto davon Er nannte es Bradley Land Von der Harrison Bay an der Nordküste Alaskas aus sichtete Kapitän Kienen dann auch Land in Richtung Nordwesten Der norwegische Arktis Forscher Dr. Frithjof Nansen berichtet in seinem Buch »Weitester Norden« von seinen Beobachtungen mehrerer anormaler Phänomene auf seiner Arktisexpedition von 1893 bis 94 mit dem Schiff Fram Zu ihrer Überraschung fanden sie draußen auf dem Packeis eine bemerkenswerte Anzahl von Vögeln verschiedener Arten darunter Schnäpfen und Möwen aber auch Füchse Walrosse und Eisbären die darauf hindeuten dass sie sich in der Nähe von Land in Richtung Norden aufhielten während sie den Winter abwarteten führten sie wissenschaftliche Messungen und Beobachtungen durch sie fanden Gestein und große Mengen an Schlamm und Treibholz auf einigen Eisbergen die Nansen darauf hinwiesen dass ein Großteil des arktischen Eises aus einem Fluss stammt vielleicht weiter nördlich als sie sich damals befanden in einem unbekannten Land 11 arktische Schlammflut und Sturmfrost bitte beachten sie die hier diskutierte Schlammflut sollte nicht mit dem jüngeren Ereignis um 1700 bis 1800 verwechselt werden Mack ein dunkler Boden der zersetzt das tierisches und pflanzliches Material enthält ist ein großes geologisches Rätsel er bedeckt ein siebtel der Landoberfläche der Erde und umgibt den arktischen Ozean Muck oder einfach Schlamm wie wir ihn nennen würden nimmt baumloses im allgemein flaches Gelände ein ohne umliegende Berge von denen der Muck hätte erodieren können russische Geologen haben an einigen Stellen durch 4000 Fuß Schlamm gebohrt ohne auf massiven Fels zu stoßen Woher kam so viel erodiertes Material Zitierend Lindsay Williams The Energy Non Crisis zweite Auflage 1980 Seite 54 Obwohl der Boden in Prudhoe Bay Alaska in einer Tiefe von 1900 Fuß gefroren ist entdeckten die Ölfirmen bei ihren Bohrungen in diesem Gebiet überall einen uralten Tropenwald Er Er in gefrorenem Zustand nicht in versteinertem Zustand Er befindet sich in einer Tiefe zwischen 1100 und 1700 Fuß Es gibt Palmen Kiefern und tropisches Laub in großer Fülle Tatsächlich fanden sie sie übereinander geschichtet vor so als wären sie in dieser Position gefallen Nun zitierend Routledge's Führer zum Crystal Palace und Park in Südenham G. Routledge und Co. 1854 Sibirisches fossiles Elfenbein Anmerkung Das ist eine falsche Bezeichnung da alles fossile zu Stein wird Sibirisches fossiles Elfenbein bildet das Hauptmaterial mit dem der russische Elfenbeindreher arbeitet Die besten Stoßzähne findet man in den Ländern in der Nähe des Polarkreises und den östlichen Regionen Die erste Entdeckung dieser merkwürdigen Überreste wurde 1799 von einem Tungusen namens Schumachow gemacht der sich auf die Suche nach Mammutstoßzähnen an den Küsten gemacht hatte und eine riesige formlose Masse im Eis entdeckte Das gesamte Skelett dieses seltsamen Tieres befindet sich heute im Museum von St. Petersburg und ein Teil der Haut und ein Teil der Haare sind im Museum der Royal College of Surgeons deponiert Die Existenz des Mammuts wurde in eine so junge Zeit zurückverfolgt dass es zweifellos fast an den Menschen heranreichte wenn es nicht sogar gleichzeitig mit ihm existierte Auf welche Art und Weise und durch welche seltsame Erschütterung der Natur diese Tiere in den eisigen Breiten des Polarkreises vernichtet wurden ist nie erklärt worden und wird wahrscheinlich für immer ein Rätsel bleiben Zitat Ende Das hier im Thread nun angebrachte Video eines angeblich lebendigen Mammuts hat sich als Fake herausgestellt Die Überreste von Wollnashörnern Steppenlöwen Riesenhirschen Mammuts Füchsen oder einer widerspenstigen Pferderasse wurden alle schlagartig eingefroren in der Arktis gefunden Zitierend Ivan T. Sanderson Riddle of the Frozen Giants aus der Saturday Evening Post vom 16. Januar 1960 Seite 82 bis 83 Experten für Tiefkühlkost haben darauf hingewiesen dass man dazu ausgehend von einem gesunden lebenden Exemplar die Temperatur der es umgebenden Luft auf einen Punkt deutlich unter minus 150 Grad Fahrenheit senken muss Zitat Ende Aus dem Readers Digest Buch mit seltsamen Geschichten und erstaunlichen Fakten Zitierend Um ein riesiges lebendes Mammut isoliert in dickem Fell tief zu gefrieren wären erstaunlich kalte Temperaturen von unter minus 100 Grad Celsius erforderlich Solche Temperaturen wurden noch nie gemessen nicht einmal in der Arktis Der Artikel geht weiter Anscheinend hat das Mammut in dem einen Moment noch friedlich das Gras und die Butterblumen gefressen die im Sonnenschein einer gemäßigten Ebene üppig wachsen Im nächsten Moment war es einer so bitteren Kälte ausgesetzt dass es dort wo es stand tief gefroren wurde Und viele der gefrorenen Mammuts wurden in stehender Position umgeben von gefrorenem Schlick gefunden Ihr Körpergewebe und ihr Mageninhalt hatten noch nicht einmal begonnen sich zu zersetzen Zitat Ende Der Kaledonische Wald ist die Bezeichnung für den ehemaligen alten oder altgewachsenen gemäßigten Regenwald Schottlands Der größte Teil Schottlands war früher von Wald bedeckt Heute bedeckt der Einheimische Wald nur noch 4% der Gesamtfläche In Schottland wird der Urwald als Land definiert das gegenwärtig bewaldet ist und seit mindestens 1750 kontinuierlich bewaldet ist Im Jahr 1900 waren nur etwa 5% der Landfläche Schottlands bewaldet Die übliche Ausrede des Klimawandels Der Wald ist im Laufe der Jahrtausende zurückgegangen sowohl aufgrund eines langsamen Wechsels zu einem feuchteren windigeren Klima als auch aufgrund der Tatsache dass er von Menschen gefällt und von Schafen und vor allem Hirschen überweidet wurde Diese Schafe und Rehe können einfach nicht widerstehen Bäume zu fressen Aus den vier alten Büchern von Wales über den Mabinogi geht hervor dass der nördliche Teil der britischen Inseln als eine unfruchtbare Wildnis voller über übernatürliche Aktivitäten und nicht als der Ort für einen Wochenend Aufenthalt angesehen wurde Prokopius der griechische Historiker des sechsten Jahrhunderts und Autor der geheimen Geschichte beschrieb diese nördliche Wildnis Zitat Auf dieser Insel Britanniens bauten die Menschen der Antike eine lange Mauer und schnitten einen großen Teil davon ab denn der Boden und die Menschen und alle anderen Dinge sind nicht auf beiden Seiten gleich denn auf der östlichen also südlichen Seite der Mauer gibt es eine gesunde den Jahreszeiten entsprechende Luft die im Sommer mäßig warm und im Winter kühl ist hier leben viele Männer die sich in der gleichen Weise wie andere Männer verhalten die Bäume mit ihren entsprechenden Früchten gedeihen in der Saison und ihre Mais Felder sind genauso produktiv wie andere und der Bezirk scheint durch die Bäche ausreichend gedüngt zu sein aber auf der westlichen also nördlichen Seite ist alles anders so dass es für den Menschen unmöglich wäre dort auch nur eine halbe Stunde zu leben unzählige aber da 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 an diesem Punkt meiner Geschichte angekommen bin obliegt es mir eine Tradition aufzuzeichnen die fast schon mit der Fabel verbunden ist die mir nie in jeder Hinsicht wahr erschienen ist obwohl sie ständig von Männern ohne Zahl also von zahllosen Männern im Ausland verbreitet wird die behaupten dass sie selbst Agenten und auch Hörer der Worte gewesen sind ich darf sie jedoch nicht völlig unbemerkt vorbeigehen damit ich mir nicht wenn ich so über die Insel Britia schreibe den Vorwurf der Unkenntnis bestimmter dort ständig auftretender Umstände einhandeln muss man sagt also dass die Seelen der weggegangenen Menschen immer an diesen Ort geleitet werden Zwölftens der einstige und zukünftige König In tibetischen heiligen Texten wird prophezeit dass ein zukünftiger König von Shambhala mit einer großen Armee kommen wird um die Welt von Barbarei und Tyrannei zu befreien und ein goldenes Zeitalter einläuten wird In ähnlicher Weise sagen die hinduistischen Puranas dass ein zukünftiger Welterlöser das Kalki Avatara die zehnte und letzte Manifestation Vishnus aus Arya Varsha kommen wird um die Kali Yuga Ära zu beenden Es gibt viele solcher Legenden aus der ganzen Welt die von Helden erzählen die das Unrecht der Welt wieder gut machen werden sogar Jesus kann unter ihnen sein Im Fall von Arthus und den buddhistischen und vedischen Prophezeiungen sind diese Helden mit dem Nordpol verbunden Von all den rassischen Erinnerungen nennen sie sie wie sie wollen Warum wird sich so universell daran erinnert Das deutet doch sicher auf eine gemeinsame alte Quelle hin Arcturus ist der vierte hellste Stern am Himmel und befindet sich im nördlichen Sternbild des Bootes Der Name Arcturus stammt aus dem griechischen Arctorus oder Arctos Orus und bedeutet Bärenbeobachter oder Wächter des Bären was sich auf den Bären bezieht der durch das benachbarte Sternbild Ursa Major repräsentiert wird Diese beiden Konstellationen umkreisen ständig den Nordpol Arctus wird seit langem mit Arcturus und auch dem Bären in Verbindung gebracht 13 Schlussfolgerung Wenn sich die Zivilisation einst um den Nordpol herum konzentrierte wie so viele Legenden und Schriften berichten und das Klima dort mild ja sogar tropisch war dann scheint es dass sie sich von diesem Ausgangspunkt aus nach Süden ausbreitete was natürlich in alle Richtungen vom Norden her wegging Neben all den vielen oben erwähnten Polarparadies Traditionen gibt es auch einen ähnlichen Fundus an Legenden die sich auf ein weltweites Netz von Tunneln und sogar ein unterirdisches Reich mit Eingängen am Nordpol beziehen die quer über die Erde führen viele Rassen behaupten dass sie auf der Oberfläche aus dem Untergrund erschienen sind einige dieser Tunnel sind entdeckt worden insbesondere in Südamerika die nordpolare Quelle scheint jedoch immer als die geistige Heimat angesehen worden zu sein in den bekannten Mythen und Legenden der verlorenen Zivilisation wie Atlantis Lemuria Eldorado und so weiter scheint es immer eine Tragödie zu geben die die Zivilisation an den Punkt des Aussterbens bringt die hyperboreanische Tradition ist in dieser Hinsicht nicht anders Nachdem was die Inventio Fortunata und die Gestis Arturi nur ansatzweise enthüllt haben muss sich die Katastrophe nach König Artus Expedition zu den Nordpolarinseln ereignet haben Er konnte mit seiner Armee einen ganzen Winter in Schottland aussetzen Die Inseln und Orte um den von der Inventio Fortunata beschriebenen Pol sind nicht mit gefrorenem Eis bedeckt und dieser verdammte Mönch hätte ohne Schuhe keine fünf Minuten überlebt Der einzige Grund für Artus Mission der uns bewusst gemacht wird ist einfach Eroberung und Kolonisierung Das war jedoch John Dees Agenda und nicht unbedingt Artus Die Legende von Artus als vereinigender Held und Verfechter der Gerechtigkeit die an einigen weit entfernten Orten wiederhalte hat ihren Kern in Europa insbesondere in Nordeuropa Zu der Zeit von der wir sprechen muss es ein ganz anderer Ort gewesen sein denn die britischen Inseln sind mit dem europäischen Festland verbunden Brexit war noch weit entfernt Was konnte eine solche Persönlichkeit dazu veranlasst haben sich so entscheidend in die Angelegenheiten der geistigen Heimat der Menschen am Nordpol einzumischen Nichts Gutes das ist sicher Wenn wir davon ausgehen dass Avalon am Nordpol die Wiege der Zivilisation war dann können wir mit Sicherheit davon ausgehen dass die in den Bergen um den Pol eroberten und kolonisierten Städte bereits vor Arthus entstanden sind dies eröffnet die Möglichkeit dass er sie zurück eroberte und wieder kolonisierte daraus folgt logischerweise dass jemand oder etwas in das Gebiet eingedrungen war und die Kontrolle übernommen hatte diese heroische sage wurde aufgezeichnet und vom Zentrum aus auf den Rest der weltweiten Zivilisation reflektiert werden und das würde erklären warum derselbe grundlegende Mythos in Anführungszeichen an vielen verschiedenen Orten anzutreffen ist wenn wir das Gedicht Predeju Anuven in diese Mischung aufnehmen können wir vielleicht einen Blick auf das Geschehene werfen die Vormundschaft von Anuven oder Avalon war irgendwie in unzuverlässige Hände gefallen die nicht mehr die Kontrolle hatten dies führte zu katastrophalen Veränderungen wobei es eine längere Periode der Dunkelheit und Kälte gab die das Leben auf der Erde selbst bedrohte König Athos Mission am Nordpol bestand darin die Kontrolle über Anuven oder Avalon wieder zu erlangen was ihm offenbar gelungen ist aber zu einem hohen Preis nach Talisins Abschiedsworten in dem Gedicht zu urteilen könnte es durchaus sein dass Mönche in Anführungszeichen oder die neue christliche Religion am Kontrollverlust über Avalon beteiligt waren Es scheint auch dass das große Einfrieren bereits im Gange und nicht mehr aufzuhalten war Wir werden nie wissen wie lange Arthus Sieg andauerte da sich eindeutig ein katastrophales Ereignis ereignete bei dem Gebiete am Polarkreis mit bis zu 4000 Fuß Schlamm bedeckt und dann sofort eingefroren wurden Dies scheint Gebiete bis in den Süden Schottlands betroffen zu haben und muss ein Ereignis gewesen sein das die Welt verändert hat In einem anderen Gedicht aus dem Buch Talisin genannt Anga Kyfündavd zu deutsch die feindliche Konföderation wird Anuvin oder Avalon ungewöhnlich als unter der Erde liegend beschrieben Zitat In Anuvin die Friedfertigkeit In Anuvin der Zorn In Anuvin unter der Erde Wenn die Beschreibung des Nordpols und des Gezeitenwirbels korrekt ist dann hätte so viel Schlamm der sich darauf abgelagert hat die Gezeiten der Welt völlig durcheinander gebracht und größere Überschwemmungen verursacht Vermutlich wenn auch nicht unmöglich hat die Schlammflut nicht zwischen Land und Meer unterschieden daher muss die Zugabe von so viel Schlamm zu den Meeren und den Landmassen im Norden den Meeresspiegel und die weltweite Topografie in hohem Maße beeinflusst haben Diese Flut in Anführungszeichen überlebt auch als eine allgemein geteilte Erinnerung oder Legende Wenn es uns gelingt aus der Geschichte von Jakobo Gneuen und seiner Begegnung in Norwegen etwas Glaubwürdigkeit zu retten scheint es dass Arthus und seine Polarkolonie überlebt haben Die diesem Treffen zugewiesenen Daten sind offensichtlich völlig falsch aber sie stimmen mit der Arthus Legende überein wonach Arthus schließlich nach Avalon ging und immer noch dort ist und auf den Zeitpunkt wartet an dem er gebraucht wird um zu kommen und uns erneut zu retten Dieses Konzept spiegelt sich auch in vielen verschiedenen Kulturen wieder insbesondere in den Veden die aus Aryawarsha dem Land um den Berg Meru am Nordpol stammen Vielleicht braucht man nur genug glauben dass er kommen wird um ihn hervorzubringen Die Antarktis ist ein sehr umfangreiches Thema und zu groß um in diesen Beitrag einbezogen zu werden der ja schon groß genug ist Es geht auch um die umstrittene Frage von der flachen Erde gegen die Erdkugel Ich persönlich weiß nicht welche Form die ich weiß nur dass sie kein rotierender Globus ist Meiner Meinung nach fanden jedoch das arktische Schlammflut Ereignis und das Flash Freeze zur gleichen Zeit statt als die Antarktis zu froher Es war alles Teil desselben Ereignisses Erdo sogenannte Ring oder die Grenze des gefrorenen Wassers um die Erdoberfläche war im Sanskrit als Antarika bekannt was dem Namen Antarktis um viele Jahre vorausgeht Dieses Wort wird übersetzt mit was dazwischen liegt und dieser Ring isoliert uns für die Dauer der Kali Yuga Periode von allem anderen Das Wort Antarika wird in einem kroatischen Satz für die Antarktis verwendet aber das Wort wird nicht übersetzt Antarika scheint das indonesische Wort für Antarktis zu sein Antarktis 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 Und zum Schluss noch ein Kommentar zu diesem Beitrag in dem Forum bei StolenHistory.org vom User Musashi. Er teilt einige zufällige Gedanken, die er dazu hat. 1. Die Form der Insel in der Karte oben sieht dem Siegel von Chamash sehr ähnlich. Ich erkenne den winkelversetzten vierten Schenkel. Der Abweichungswinkel wird nicht in allen Renderings dargestellt, aber er ist üblich und hat mich immer verwirrt, da er nicht in die übliche Sonnensymbolvorlage passt, die ihm am ähnlichsten ist. 2. Obwohl ich eine Zeit in Gwinnert lebte, habe ich noch nichts über diese Artussage erfahren, sodass ich noch nie auf Predeu Anuven gestoßen bin. Ich vermute, dass Anuven der Hölle ähnlich ist und beide sind verpfuschte Nacherzählungen des vedischen Substrats und nicht irgendein gespenstisches Dämonenreich. 3. Ich komme aus dem Norden der von Ihnen erwähnten Mauer und habe einige Zeit in den äußeren nördlichen Territorien verbracht. An Orten wie Orkney, den Shetlands und auf den Hybriden im Westen gibt es viel sogenanntes Torf. Zitat von Wikipedia Torf bildet sich, wenn Pflanzenmaterial unter sauren und anaeroben Bedingungen nicht vollständig zerfällt. Die gesamten Inseln, also die Hybriden, sind so gut wie waldarm. Irgendwann wurde alles zu einer Paste geglättet. Und zuletzt, etwas tangential aber erwähnenswert, ist, dass dieselben nördlichen und äußeren Hybrideninseln ziemlich interessante neolithische und megalithische Fundstätten haben. Ähnlich wie die unten in Wales oder in der Nähe davon in England. Es scheint damals dort oben eine sehr gebildete und interessante Kultur gegeben zu haben, wann auch immer das war. Und zuletzt noch drei Hinweise. Skarabray, das scheint eine Art astronomisches Bildungszentrum gewesen zu sein. Dann die Ringe von Brodgar, sind nur einen kurzen Sprung entfernt und scheinen ein typischer Steinkreis zu sein. Und die Kalernisch-Steinanlage, draußen im Westen auf der Lewis, sind meines Erachtens noch beeindruckender als Stonehenge und definitiv betrachtenswert. Vielen Dank für euer Interesse und ich freue mich über Kommentare und Kritik. Der vollständige Artikel ist zu finden auf der Seite stolenhistory.org. Der Artikel heißt King Arthur in Hyperborea and the Arctic Mud Flood Cataclysm. Vielen Dank. So, und jetzt noch ganz zum Schluss ein Kommentar von mir. Ich möchte nur darauf hinweisen, erstmal muss ja der englische Originaltext übersetzt werden. Da habe ich zwar Deep L als Hilfestellung, aber das ist natürlich auch nicht perfekt. Das muss erstmal Korrektur gelesen werden, dann korrigiert werden, bis ich dann einen deutschen Text vorlegen habe, der auch Sinn ergibt. Dann geht es an die Einsprechung und eben danach an die Bearbeitung und die Bearbeitung braucht wesentlich mehr Zeit als das Einsprechen. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Zeit. Wenn ihr was Interessantes findet, sendet es mir gerne zu. Wenn ihr meint, es gehört vertont oder von mir vertont. Und ja, das wäre es jetzt gewesen. Klappe zu. Ende des Beitrags. Vielen Dank und alles Liebe.